Das ist für viele Trader ein sehr, sehr interessantes Medium. Was machst du denn so mit dem DAX? Wo suchst du deine Handelsideen aus dem DAX raus? Also ich finde tatsächlich meine Setups meistens auf dem Tageschart, aber ich handel den DAX kurzfristiger. Also das heißt, ich versuche Trades aufzubauen, die entweder innerhalb des Tages laufen oder eben zwischen einer Stunde und vielleicht zwei, drei Tagen Haltedauer. Aber ich arbeite nicht in den ganz kleinen Zeitbereichen. Und ich werde heute mal ein bisschen hier zeigen, wie ich langfristige und mittelfristige Wendepunkte erkenne und zeige dann auch, wie ich damit umgehe. Was denkst du denn, wenn private Trader traden, die einen normalen Beruf haben? Sollen die eher in den kleinen Zeiteinheiten traden oder sagst du, nee Leute, macht das mal entspannt zum Beruf, guckt euch die großen Zeiteinheiten an, sucht die richtigen Positionen und tradet dann. Was empfiehlst du den Leuten? Ganz klare Antwort, die großen Zeitebenen. Also kleine Zeitebenen sind für private Händler, die einen normalen Job haben und vielleicht nur nachmittags und abends Zeit haben, keine Chance. Ja, das ist so zeitaufwendig und so zeitintensiv, da überhaupt erstmal profitabel zu werden, dass es ein Privater normalerweise nicht schafft. Im Swing Trading Bereich auf der größeren Zeitebene ist das gar kein Problem, da kann man sehr gut mitarbeiten, auch wenn man eben nur abends Zeit hat, aber nicht kurzfristig. Das ist auch das, was ich aus meiner eigenen Erfahrung kenne, im Trading, für die nebenberuflichen Trader ist es sinnvoll, die größeren Zeiteinheiten zu bevorzugen. Und das Schöne ist, man kann halt einfach entspannt alles vorbereiten, die Orders im System setzen, in Ruhe auf Arbeit fahren und wissen, der Markt macht, was er macht. Und ein kleiner Vorteil, das kennst du bestimmt auch, wenn man nicht immer genau vor dem PC sitzt, dann hat man auch die Emotionen besser im Griff, einfach weil man nicht auf jeden kleinen Zacken reagiert. Ja klar, man hat natürlich ein bisschen mehr Abstand zum Markt und reagiert nicht auf jede kleine rote oder grüne Kerze, die sich irgendwo entwickelt. Das ist schon besser. Das macht es entspannter, Martin, ich bin gespannt. Leg los, mittelfristige Trennwänden, einfach erkennen, dein Tön. Alles klar. So, ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor. Martin Gersh ist mein Name, ich bin professioneller Händler seit über 15 Jahren. Das heißt, ich verdiene mein Geld am Markt, ich bezahle meine Rechnungen mit dem, was ich am Markt verdienen kann. Und ich will heute mal einen kleinen Einblick geben, wie ich das mache. Ja, es ist natürlich nicht möglich, 15 Jahre Trading-Erfahrung hier in 30 Minuten Vortrag zu bringen. Aber ich versuche immer, wenn ich den Mund aufmache, irgendwas zu sagen, was Sie als Trader am Ende auch weiterbringt. Und da werden wir uns heute einfach mal ein bisschen anschauen, wie man Trendwänden an den verschiedensten Märkten erkennen kann. Das ist also nicht nur auf den DAX zu verwenden, sondern das ist universal bei Einzelaktien, Indizes. Können Sie sich einfach mal anschauen, wie das Ganze läuft. Bevor wir hier starten, wie immer, kleiner obligatorischer Risikohinweis. Trading ist mit Risiko verbunden. Den Chancen stehen eben entsprechende Risiken auf der anderen Seite gegenüber. Im schlimmsten Fall verlieren Sie Geld. Ja, das bitte ich zu beachten. Was machen wir heute? Wir schauen uns ganz kurz einen relativ wichtigen Preisindikator an und schauen uns an, wie man mit diesem Indikator mit Divergenzen arbeitet. Was also Divergenzen überhaupt sind. Und der ganze zweite große Bereich ist, dass wir uns tatsächlich Chartbilder aus dem DAX anschauen, aus der letzten Zeit. Und ich eben zeige, wie man das, was ich Ihnen im ersten Teil erkläre, am Markt auch tatsächlich erkennt und anwendet, damit Sie eine Möglichkeit haben zu sehen, wann sind laufende Aufwärtsbewegungen im Markt beendet, wann beginnt vielleicht eine Abwärtsbewegung und wenn dieser Abwärtstrend begonnen hat, wann ist der vielleicht auch zu Ende. Also es geht darum, zu erkennen, wann man im Markt besser auf der Long-Seite positioniert ist und wann man besser auf der Short-Seite positioniert ist. Also ganz kurz zum Thema Divergenzen. Im Prinzip vergleicht man bei der Divergenzenanalyse den Verlauf eines Preisindikators mit dem Verlauf des Preises selber. Und dadurch bekommt man zusätzliche Informationen, die man nicht auswerten kann, wenn man nur auf das reine Chartbild schaut. Der große Vorteil ist, dass wir in der Lage sind, Trendwenden zu antizipieren, bevor sie da sind. Sie sind also auf einen möglichen Trendwechsel einfach vorbereitet. Dadurch, dass sie auf einen Trendwechsel vorbereitet sind, kommen sie sehr früh in eine Trading-Position rein. Das heißt, für einen Trendfolger läuft das normalerweise so, dass man darauf wartet, bis sich ein intakter Trend ausgebildet hat und irgendwo in diesen Trend einsteigt. Dann sind die meistens schon sehr weit gelaufen und sind vielleicht schon dabei, den Trend wieder zu beenden und so langsam die Richtung zu drehen. Und wir versuchen jetzt eine Möglichkeit zu finden, diese Trendwechsel zu antizipieren und möglichst früh in der Position dabei zu sein, dass wir nachher das Maximale aus dem laufenden Trend rausnehmen können. Man unterscheidet dabei zwischen positiven und negativen Divergenzen. Ich will jetzt gar nicht, dass Sie die ganzen Texte lesen. Wir schauen uns das viel lieber auf dem Bild an. Da kann man das sauberer erklären. Also was wir hier haben, ist ein Kursverlauf in einem Aufwärtstrend. Also in dem Moment, wo wir einen bestehenden Trend haben, funktioniert das nach Dau-Theorie relativ einfach. Wir haben steigende Hochs und steigende Tiefs, die einen Aufwärtstrend ausmachen, fallende Hochs und fallende Tiefs, die einen Abwärtstrend ausmachen. Und das, was wir uns anschauen, ist, wenn der Preis ein neues Hoch gemacht hat, wie verhält sich der Indikator? Wenn wir im Indikator auch ein neues Hoch sehen, dann haben wir eine sogenannte Konvergenz, dann ist alles in Ordnung, dann sind Trends intakt, dann kann man auch weiter in der Trendrichtung investieren. Wenn wir aber sehen, dass ein Indikator, und ich benutze dafür immer einen ganz normalen Standard RSI in der 14er Einstellung, also das, was wirklich in jedem Tradingprogramm vorhanden ist, was Sie mit jeder Plattform traden können, da schauen Sie sich einfach an, eine Preisentwicklung am Markt, wenn der Markt neue Hochs macht, wie entwickelt sich der RSI in der 14er Zeitebene? Und in dem Moment, wo der kein neues Hoch mehr macht, sondern ein tieferes Hoch, können Sie davon ausgehen, dass diese Aufwärtsbewegung beendet ist. Und wenn Sie sich das auf dem Tageschart anschauen, dann haben Sie supergute Möglichkeiten, kurzfristige und mittelfristige Trades im DAX aufzubauen. Das ist eine sogenannte negative Divergenz, weil wir in der Situation davon ausgehen, dass die Kurse fallen, dass wir also von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend drehen. Auf der umgekehrten Seite sieht das Ganze genauso aus, wenn wir in einem intakten Abwärtstrend sind und der Indikator bildet in dem Moment, wo der DAX ein neues Tief ausbildet, kein neues Tief mehr, dann können wir davon ausgehen, dass diese Abwärtsbewegung beendet ist. Ich habe gleich noch eine ganze Menge Chartbilder, wo man das schön sieht, wie es nachher in der Realität ausschaut. Es ist ja leider nicht immer so, dass wir so eine schöne Darstellung haben, wie das in der Theorie ist, aber das ist einfach, um das Konzept zu erklären. Was sind klassische positive und negative Divergenzen? Das Ganze muss nicht unbedingt so gestaltet sein, dass wir ein neues Hoch im Markt kriegen. Das reicht auch, wenn sich etwas wie ein Doppeltop ausbildet oder auf der anderen Seite ein Doppelboden. Das ist auch eine charttechnische Formation. Wir haben ja gestern hier viel gesprochen über charttechnische Formationen im Gold. Das funktioniert natürlich im DAX genauso. Doppeltop ist eine Trendwendeformation. Doppelboden ist eine Trendwendeformation. Die haben an sich schon eine Bedeutung. Hier ist Nachfrage reingekommen auf diesem Level. Auf diesem Level ist Angebot reingekommen. Das ist am Ende immer wieder das gleiche. Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise. Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben und finden, eine Chartkonstellation wie ein Doppelboden oder ein Dreifachboden in Kombination mit einer Divergenz im Indikator, dann haben wir auf einmal eine Trefferquote, die liegt exorbitant gut, um eine Trendwende zu antizipieren. Ich zeige gleich den gesamten Verlauf des DAX in den letzten Monaten. Wir werden uns jede einzelne Trendwende anschauen. Wir werden uns dazu anschauen, wie sich in der Situation der Indikator verhalten hat. Wir haben also zwei Möglichkeiten. Wir haben den steigenden Preis oder das Doppeltop mit einem fallenden Indikator oder wir haben den steigenden Preis mit einem Doppeltop im Indikator. Das sind also drei verschiedene Möglichkeiten, Divergenzen am Markt zu erkennen. Wichtig ist immer, macht der Preis ein neues Hoch. Und der Indikator, der RSI, kein neues Hoch mehr, haben wir eine Divergenz. Macht der Preis ein neues Tief. Der Indikator, kein neues Tief mehr, haben wir eine Divergenz. Und dann gehen wir davon aus, dass sich die Richtung am Markt ändert. Wie schaut es aus? Wir sind hier 2013 im DAX. Wenn Sie sich daran erinnern, wir haben von 2009 bis 2013 eigentlich einen super sauberen Aufwärtstrend gehabt. Da gab es nicht viel zu überlegen. Und das, was ich da meine, ist, der Preis macht neue Hochs. Der Indikator macht neue Hochs, dann ist alles in Ordnung. Da brauchen Sie sich nicht weiter drum kümmern. Dann setzen Sie einfach weiter Ihre Trendfolgestrategien um. Und das ist etwas, das funktioniert nicht nur im DAX. Das funktioniert in jedem Rohstoff. Wenn Sie Gold handeln, wenn Sie Öl handeln, das funktioniert in jeder Einzelaktie. Ob das eine Adidas ist in Deutschland oder eine Procter & Gamble in den USA, das spielt keine Rolle. Wenn Sie einen liquiden Wert haben, den genug andere Händler traden, dann funktioniert dieses Konzept der Divergenzen. Ich will hier gar nicht groß drauf eingehen, wie dieser RSI berechnet wird. Das ist am Ende für Sie als Händler auch irrelevant. Sondern es ist für Sie viel wichtiger zu wissen, wo drauf muss ich achten im Chartbild. Und hier haben wir eine Situation, wir machen drei neue Hochs hintereinander im DAX und machen dreimal keine neuen Hochs im Indikator. Das heißt, von hier an, eigentlich schon von hier an, gehe ich in die kleine Zeitebene und schaue drauf, ob sich in der kleinen Zeitebene ein neuer Abwärtstrend entwickelt. Und sobald das der Fall ist, bin ich auf der Short-Seite unterwegs. Das Erste, was ich mache, ist, ich stelle meine Long-Positionen glatt. Ich möchte in dem Moment, wo der Markt eine negative Divergenz zeigt, nicht mehr längerfristig Long sein. Ich stelle meine Long-Positionen glatt und ich bereite mich auf eine Short-Position vor. Was passiert? Wir kriegen eine Wende im Markt mit einer längerfristigen Trend-Abwärtsbewegung. Dann haben wir hier von gestern, gestern haben wir uns das im Öl angeschaut, Trend-Wende-Formation, SKS-Formation. Hatten wir hier schon 2014 im Markt, hatten wir jetzt in diesem Jahr gerade wieder. Auf dem Tages-Chart zu sehen, auf dem Wochen-Chart zu sehen, SKS-Formationen ist etwas, was im DAX ganz, ganz hervorragend funktioniert. Wohlgemerkt ab Tages-Chart aufwärts, auf dem Tages-Chart und auf dem Wochen-Chart. Können Sie sich so etwas ganz hervorragend anschauen. In dem Moment, wo man eine Trend-Wende-Formation erkennt, die so deutlich gebrochen wird wie da, haben wir einen neuen Trend-Verlauf. Das hat sich hier in 2014 wieder ein Abwärtstrend entwickelt. Was sehen wir hier? Innerhalb dieses langfristigen Abwärtstrends, wir machen auf dem Tages-Chart hier deutlich neue Tiefs in DAX. Und der Indikator macht kein neues Tief mehr. Das heißt, wir haben hier unten eine feine Linie im DAX, eine steigende Linie im Indikator. Sie müssen im Prinzip nichts weitermachen, als sich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte mit Linien verbinden und schauen, ob die in die gleiche Richtung zeigen. Wenn die in die gleiche Richtung zeigen, ist der Trend intakt wie hier. Der Markt macht neue Tiefs, der Indikator macht neue Tiefs. Der Trend ist intakt. Und zwar so lange, wie das Ganze nicht mehr funktioniert. Jetzt haben wir hier neue Tiefs, haben hier aber ein steigendes Tief. Also, Aufwärtstrend. Schauen wir uns den Aufwärtstrend an. Fällt irgendwas auf am Ende vom Aufwärtstrend? Da oben ist das Top, ne? Das Top im Indikator ist aber schon hier. Der Preis macht noch einmal ein neues Top. Der Indikator macht das nicht mehr mit. Der hat das den ganzen Weg über hier mitgemacht. An der Stelle macht er es nicht mehr mit. Was passiert am Markt? Wir drehen in einen längerfristigen Abwärtstrend. Und das ist ein Konzept, das können Sie, wie gesagt, überall umsetzen. Aktien, Gold, Öl, jeder Rohstoff. Selbst bei Währungen können Sie sich das anschauen. Weil es einfach darum geht, dieser RSI, der misst eine Stärke, eine innere Stärke des Wertes. Der heißt zwar relative Stärkeindikator, der hat aber nichts mit relativer Stärke zu tun. Der vergleicht nicht einen Wert mit einem anderen. Und eine relative Stärke vergleicht normalerweise einen Wert mit einem anderen und schaut, welcher ist der Stärkere. Der misst eine innere Stärke. Und das macht er anhand der Messung der Schwankungen in den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen. Und wir kommen hier an eine Stelle, wo in der Aufwärtsbewegung einfach nicht mehr genug Druck ist. Da ist nicht mehr genug Druck, dass die Bewegung weitergehen kann. Das wird uns hier angezeigt und logischerweise fällt der Preis dann. Wie lange fällt er? Na ja, so lange, bis wir hier das erste Mal ganz deutlich sehen, noch mal ein neues Tief im Preis mit keinem neuen Tief mehr im Indikator. Wann erkennen Sie das? Im Prinzip erkennen Sie das immer schon in dem Moment, wo sich hier so ein ganz kleiner Aufwärtstrend entwickelt. An dem Punkt, wo wir über das hochgehen. An dem Punkt bin ich long. Weil dann ist das Tief ausgebildet. Wir haben hier ein fertiges Tief. Wir haben hier ein fertiges Tief. Und das hier liegt deutlich höher als das. Und das zeigt mir an, dass der Markt nach oben will. Okay? Gibt es irgendwelche Fragen zu dem Ansatz? Ich glaube, das ist sehr einleuchtend und sehr logisch. Schauen wir uns den nächsten Part an. Was sehen wir hier? Ein Hoch und ein höheres Hoch. Und hier ist das Ende der Bewegung. Weil das Hoch ist niedriger als das. Der Indikator bestätigt das neue Hoch im Preis nicht mehr. Okay? Und jetzt können Sie sich einfach mal zu Hause, machen Sie sich Ihre Charts auf, gehen Sie mal auf den Tageschart in irgendeinem beliebigen Produkt, blenden Sie sich, hier steht es, den RSI ein, 14er Einstellung, so wie der in jeder Handelsplattform einfach aufgeht. Und schauen Sie sich das einfach mal an. Wie verhalten sich die Hochs und die Tiefs vom Preis zum Indikator? Dann kriegen Sie wirklich ein Gefühl dafür, wie man diese Situation sehr, sehr einfach erkennt. Geht's weiter. 2016, wir sind in dem intakten Abwärtstrend. Jetzt haben wir hier die Situation, wir haben ein Doppeltief im Indikator, machen kein neues mehr, haben aber ganz deutlich ein neues Tief im Preis gemacht. Dieses Preistief wird nicht bestätigt. Was heißt das für uns als Händler? Wenn wir Short sind, an der Stelle, wo wir über das kleine Zwischenhoch gehen, stellen wir unsere Shorts glatt und drehen auf die Longseite. Das heißt jetzt nicht, dass ich so eine gesamte Abwärtsbewegung in einem Move mitnehme, um Gottes Willen. Aber das heißt auch nicht, dass ich die ganze Aufwärtsbewegung in einem Move mitnehme. Aber das heißt für mich als Händler, ich möchte, solange wie sich jetzt hier diese Konvergenz fortsetzt, neue Hochs im Preis werden von neuen Hochs im Indikator begleitet, solange die ganze Strecke möchte ich Longpositionen aufbauen und keine Shortpositionen, weil ich davon ausgehen kann, dass das Top noch nicht erreicht ist. Wann ist das Top erreicht? Meistens dann, wenn wir eben in der Bewegung hier so eine deutliche Abweichung sehen. Es ist wieder genau dasselbe. Wir sind in einem intakten Aufwärtstrend. Wir haben neue Hochs im Preis, haben keine neuen Hochs mehr im RSI und der Markt bricht zusammen, bricht tatsächlich buchstäblich zusammen. Hier haben wir jetzt mehrere Dinge, die zusammenkommen. Wir haben ein Dreieck, so wie so ein Keil, haben wir uns gestern im Gold angeschaut, trendbeendende Formationen, ganz häufig alles, was so Richtung Keil geht, sind ganz häufig trendbeendende Formationen in der langen Zeitebene. Und das Ganze hier kombiniert mit einem Doppeltief im Preis, steigende Tiefs im Indikator, Abwärtsbewegung beendet, höchstwahrscheinlich. Man kann das alles miteinander kombinieren. Das heißt, wenn wir erkennen, dass wir hier eine positive Divergenz im RSI bekommen, haben aber hier so einen sehr, sehr deutlichen Abverkauf gesehen und trauen dem Markt vielleicht noch nicht zu, tatsächlich wieder nach oben zu kommen, dann warten wir einfach hier auf den Ausbruch und nehmen dann eben die Bewegung mit. Das sind immer noch ein paar hundert Punkte, die man da machen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich vielleicht hier nochmal weitergeben will. Ich bin im institutionellen Bereich tätig. Das heißt, ich handel Futures für eine Vermögensverwaltung, Kundengelder. Und ich weiß, dass private Investoren häufig versuchen, die Tiefpunkte zu erwischen zum Einkaufen und die Hochpunkte erwischen wollen zum Verkaufen. Und ich garantiere Ihnen, das funktioniert nicht. Außer vielleicht rein zufällig eins von tausend Malen. Das ist nicht möglich. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe als Trader. Unsere Aufgabe als Trader ist es zu erkennen, in welcher Richtung liegt der Vorteil. Und wenn diese Bewegung entsteht, in der Lage zu sein, uns ein Stück aus dieser Bewegung rauszuschneiden und davon zu profitieren. Sie können hier mit Brokern wie Tickmill gehebelt handeln. Sie brauchen keine riesigen Konten, um ganz gute Gewinne zu erzielen. Und von daher ist es einfach nicht nötig, zu versuchen, diese Tiefs zu picken. Man sieht das sehr, sehr schön im DAX. Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal angeschaut haben. Es gibt einen Indikator, der ist frei zugänglich auf der Seite der Euwax. Euwax ist die Zertifikatebörse, wo die ganzen Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden. Das Ding nennt sich Euwax-Sentiment. Wenn Sie da mal reinschauen, dann sehen Sie genau, wie die Masse der Privatanleger handelt. Und ich garantiere Ihnen, in dem Moment, wo wir hier unten sind, sind die zu 80, 90 Prozent Short. Und je weiter wir nach oben laufen, umso mehr Short gehen die. Weil Sie sehen, wir kommen hier nach oben, aber die Bewegung ist ja eigentlich runter. Also müssen wir, je weiter der Markt steigt, umso mehr Shorts werden aufgebaut. Und die Extrempositionierung haben wir ganz häufig da, wo die Bewegung zu Ende ist. Das können Sie auch innerhalb des Tages sehr, sehr gut benutzen. Das ist ein Kontraindikator. Solange die Privatinvestoren sehr, sehr stark Short sind, würde ich keine Short-Positionen auf dem DAX aufbauen, weil so lange steigt der normalerweise. Und umgekehrt genauso. Wenn Privatinvestoren extrem große Long-Positionen aufgebaut haben, dann fällt der Markt meistens. Das kann man da sehr, sehr schön sehen, weil das ist ein Realtime-Indikator, den Sie da bekommen. Und da wird die aktuelle Positionierung verglichen mit dem Verlauf des DAX. Und da sehen Sie schön, wie das auseinander geht. Und da sieht man eben genau diesen Punkt. Die Privatinvestoren versuchen immer, die Tiefs zu kaufen und die Hochs zu verkaufen. Und das funktioniert einfach nicht. Versuchen Sie sich als Trendfolger, suchen Sie sich eine Möglichkeit zu erkennen, in welche Richtung Trends laufen und wie lange vielleicht noch. Und nehmen Sie einfach Stücken aus dieser Bewegung mit. Und dieser Divergenzen-Indikator oder diese Divergenzen-Analyse ist wirklich einfach. Sie müssen nicht viel dafür tun. Sie müssen einen Indikator einblenden und einfach nur Hochs und Tiefs vergleichen. Und mehr nicht. Und schon kriegen Sie eine Idee, in welche Richtung der Markt läuft. Und ich sehe das so häufig, wenn ich Coachings mache, mal mit irgendwelchen Tradern, wie häufig die innerhalb des Tages die Richtung wechseln, gerade wenn sie kurzfristig unterwegs sind. Ja, da wird eine Long-Position aufgebaut, dann läuft die gegen einen, vielleicht wird man ausgestoppt, dann gehen die direkt Short. Der Short wird wieder gedreht in den Long. Und dann haben wir nachher einen Handelstag, wo der DAX sich vielleicht in der 70-Punkte-Range bewegt hat und auf dem Konto stehen minus 140 Punkte. Und man sagt, wie geht das denn? Es ist eine 70-Punkte-Range, würde ich auf 140 Punkte verloren. Und das liegt einfach daran, dass wild die Richtungen hin und her gewechselt werden. Und wenn sie jetzt einfach eine Möglichkeit haben, einen Vorteil zu erkennen, gehen an dem Tag hier morgens in den Markt, schauen sich das große Bild an und sehen, hey, wir kommen aus einer negativen Divergenz. Wir haben gestern und vorgestern ordentlich Druck nach unten gehabt. Dann haben sie einen Bias. Dann wissen sie, ich möchte heute nicht auf der Long-Seite sein. Ich möchte meine Short-Setups traden. Und wenn sie aus dem Short dann mal ausgestoppt werden, dann gehen sie in einen neuen Short rein. Und dann garantiere ich ihnen, wenn sie einen Tag erwischen, wie diese ganzen hier, wo sie riesig lange Bewegungen haben, da können sie zwei Verluste hintereinander machen und mit dem dritten Trade holen sie die Verluste rein und es bleibt ein dicker Profit am Ende übrig. Aber eben nicht, wenn sie zwölfmal am Tag die Richtung wechseln. Dann ist das Geld nachher weg. Also sie brauchen irgendeine Möglichkeit, zu antizipieren, in welche Richtung der mittelfristige Trend läuft. Und das hier ist eine sehr einfache Variante. Sie folgen einfach dem intakten Trend, so lange, bis sie am Chart erkennen, dass der Trend wahrscheinlich zu Ende ist. Hier haben wir es gehabt, Ende 2018, erinnern Sie sich vielleicht noch. War eine gar grausame Zeit. Alle haben mit der Jahresendrallye gerechnet. Die meisten Privaten waren wirklich heavy long. Wirklich heavy long. Wir haben im September noch schöne Profits gehabt auf den langfristigen Aktiendepots. Und die meisten haben zugeguckt, wie das am Ende des Jahres alles weggeschmolzen ist und viele sogar ihr Jahr im Minus beenden mussten. Und hier hatten wir tatsächlich Ende 2018 Weltuntergangsstimmung. Alle haben gedacht, das war es jetzt. Jetzt kracht es. Wir sind in dem Bärenmarkt. Wir fallen nochmal 20% Attacke. Was ist gemacht worden? Es sind Shorts gekauft worden. Shorts, 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 Shorts. Immer weiter. Was wäre gewesen, wenn Sie sich einmal den Indikator angeschaut hätten? Dann hätten Sie gesehen, okay, wir sind hier in diesem intakten Abwärtstrend. Solange wir hier neue Tiefs machen, geht er sicherlich auch weiter. Ja? Da sind Sie noch nicht auf der Long-Seite zu finden. Da sind Sie noch auf der Short-Seite zu finden. Aber hier, wir haben das letzte Tief des Jahres gemacht mit einem höheren Tief im LSI. Trendwendeindikator. Trendwendesignal. Hier bereiten Sie sich darauf vor, dass diese Reise zu Ende ist und warten nur auf eine Bestätigung im Chart. Und wenn dann hier so eine bullische Kerze kommt, das ist ein sogenannter Short-Squeeze. Hier werden viele von den Institutionellen, die große Short-Positionen aufgebaut haben, Leerverkäufe, werden einfach aus dem Markt gedrückt. Das sind noch keine Käufe, die hier reinkommen, weil jemand Long sein will. Das sind überwiegend Shorts, die geschlossen werden. Die werden einfach zwangsgeschlossen aus Risikokontrollgründen. Damit die Verluste nicht größer werden. Damit Gewinne mitgenommen werden, die von oben gehalten worden sind. Und so weiter. Aber das sind ganz häufig die initialen Bewegungen, die dann die nächsten Käufer auf den Plan rufen. Und das ist genau das, was wir hier gebraucht haben. Wir sind über die letzten kleinen Zwischenhochs drüber weggegangen. mit richtig Druck. Wir haben eine megadynamische Kerze, die fast am Tageshoch schließt, in Kombination mit einer positiven Divergenz. Das war der Punkt zum Kaufen. Der Trend ist ewig lange gelaufen. Fünf Monate, sechs Monate. Und dann erinnern Sie sich vielleicht noch, hier Mitte des Jahres haben wir noch mal so einen etwas größeren Abverkauf gekriegt. Hat auch wieder viele Anleger, viele Trader überrascht, auf den falschen Fuß erwischt. Wir waren ja schon wieder im S&P und überall waren wir schon wieder an den All-Time-Highs. Weil wir haben gedacht, okay, die Reise geht und geht und geht. Wenn Sie sich mal auf dem Tageschart einfach nur ein RSI anschauen, dann sehen Sie, Achtung, wir machen zwar neue Hochsindags, aber der Indikator macht die nicht mehr mit. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Longquote reduzieren. Vielleicht mal die ein oder andere Aktie einen schönen Gewinn mitnehmen, den wir hier unten aufgebaut haben. Mittelfristige Positionen einfach mal schließen. Ein bisschen Cashbestand aufbauen. Was ist passiert? Wir sind in einen dynamischen Abverkauf gekommen. Und wenn Sie das gemacht haben und haben spätestens vielleicht hier, wo der Abwärtstrend dann auch tatsächlich intakt war, mal ein bisschen Cashbestand auf dem Konto produziert. Was machen Sie denn dann? Dann warten Sie, bis das Tief im Markt ist und das Tief vielleicht nicht mehr durch ein neues Tief im Indikator bestätigt wird. Okay? Und was sehen wir? Wir haben ein neues Tief im Markt brutal nochmal abverkauft. Es hat sich kein neues Tief im Indikator mehr entwickelt. Wir kriegen wieder einen kleinen Short Squeeze und sind für die nächste Bewegung nach oben gewappnet. Und so einfach kann tatsächlich Trading sein. Das ist eine ganz simple Möglichkeit, die jeder, der hier steht, ab Montag bei sich zu Hause benutzen kann, um in Einzelaktien oder in Indizes abzuschätzen, bis wohin kann die Bewegung noch laufen. Schauen wir uns das jetzt hier aktuell an. Wie sieht es denn aus? Wir sind da oben 13.200 Rund. Da stehen wir jetzt immer noch ungefähr. Das ist ein ziemlich aktuelles Chartbild. Wir haben ein deutlich neues Hoch gemacht im DAX. Aber unser Indikator hat auch noch ein neues Hoch gemacht. Also sind wir noch auf der Longseite richtig. Okay? Und wenn wir jetzt vielleicht in drei Wochen, vier Wochen sehen, wir machen vielleicht nochmal ein kleines neues Hoch. Und der Indikator, der geht aber nicht mehr bis 80. Der geht im nächsten Hoch vielleicht nur noch bis 75 und kommt dann mit dem Preis runter. Dann wissen wir, aha, vielleicht geht es die nächsten Wochen mal wieder ein bisschen abwärts. Was ja völlig normal wäre. Vielleicht die alten Hochs hier nochmal testen oder so. Das sind ja ganz normale Marktbewegungen. Aber ich glaube, ich habe Ihnen jetzt eine Möglichkeit gezeigt, wie Sie relativ einfach versuchen können, abzuschätzen, wie weit das Ganze noch gehen kann. Und wann man anfangen sollte, sich auf eine Wende vorzubereiten. Wie gesagt, Multimarket. In fast allen Märkten zu benutzen, die liquide sind. Falls Sie das mal interessiert, wie wir das als Händler so von Tag zu Tag machen und so auf Daily-Basis das Ganze machen. Es gibt hier bei Tickmill jeden Tag kostenlos Marktanalysen. Da werden drei Trade-Situationen vorgestellt. Jeden Handelstag morgens um 8.30 Uhr, glaube ich. Das ist das so ungefähr für eine halbe Stunde. Das macht mein netter Kollege, der Mike Seidel, der jetzt gerade nicht mehr hier steht. Das finden Sie auf der Webinar-Seite von Tickmill. Einfach unter täglich neue Handelsideen, Mike Seidel. Und wenn Sie jetzt vielleicht interessiert, was der Gersh sonst so macht. Der Mike macht Urlaub in einer halben Woche. Und da werde ich ihn ein paar Tage vertreten. Und dann werden Sie von mir da morgens die Analysen sehen. Wir schauen auf die großen Indizes. Wir schauen auf die großen Währungspaare. Wir schauen im Moment an. Wir werden uns ein bisschen anschauen, wie die Chartbilder aussehen. Wir werden eine Trendanalyse machen. Und dann werden wir schauen, was man vielleicht innerhalb des Tages so handeln kann. Da ist er. Der gute Mann, der das sonst normalerweise macht. Hat der Martin sich jetzt schon selber angekündigt für nächste Woche? Danke auch, dass du meine Urlaubsvertretung übernimmst. Also wer diese Sendungen morgens noch nicht kennt, einfach der Seite, der Internetseite, beziehungsweise der Facebook-Seite von Tickmill Deutschen Like geben. Da kann man das Ganze kostenfrei verfolgen. Oder aber man geht mal einfach auf die Website von Tickmill Deutsch, beziehungsweise von Tickmill. Da kann man sich auch anmelden. Und das ist, ja, danke Martin dafür. Der Martin hat dir da schon einen kleinen Einblick gegeben. Jeden Morgen einfach ein bisschen was, wo es sich lohnt hinzuschauen. Weil das ist ja genau das, was wir Trader brauchen. Wir brauchen Charts, in denen möglicherweise Action kommt, wo wir dann unsere Handelsideen bringen können. Und das dazu. Dann kommt Martin ab nächste Woche Mittwoch. Montag und Dienstag mache ich es noch. Und dann legt der Martin den Rest der Woche los. Ich danke dir auch dafür, Martin. Kein Problem. Ich danke dir, die Zeit hat hier. Ja, und ich denke, das ist was, was wir alle brauchen. Ja, auch für Sie vielleicht interessant, einfach mal zu gucken, wie gehen denn die Jungs am Markt vor, die das wirklich jeden Tag von morgens bis abends machen, die eigentlich nichts anderes zu tun haben, außer mal irgendwo auf der Messe zu stehen. Dann sieht man einfach mal, wie so die ein bisschen professionelleren Trading-Ansätze laufen. Und ich glaube, da kann man auch als Privater unheimlich viel von lernen. Kann ich nur empfehlen. Schauen Sie sich das an. Ansonsten bedanke ich mich noch mal hier recht herzlich, dass ich heute die Möglichkeit hatte, so ein paar Worte zu sagen. Hoffentlich konnten Sie vielleicht in Ihrem eigenen Trading ein bisschen weiterbringen und wünsche Ihnen dann noch eine ganz hervorragende Messe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020